Alter, Good Twitch Germany Content, Mosaik Rare, Mosaik Rare, das ist wild. Das ist extrem, extrem selten. Na, schauen wir mal rein. Ich habe mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für Streamer, bitte packt eure Facecam hier oben rechts hin. Oh, das ist neu. Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Junge, was ist das für ein Cursed-Scheiß-Bild? Also, ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist, wenn ich jetzt nicht in dem Video dabei bin. Dann werde ich mir hiervon nichts mehr anschauen. So, muss man jetzt an der Stelle auch einfach mal sagen. Und Kevin, deine Brille ist jetzt immer noch schief. Ja, also Kevins Gesicht ist schief. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community-Discord. Linken ist so in der Beschreibung. Oder über meinen Twitter, at MoinMinderBen. So, sehr schön. Und ja, enjoy. Danke. Wir gehen wieder ins Minecraft-Kino rein, Leute. Sehr, sehr wild. Junge, wenn einfach mein Döner-Mann versucht, mir zu erklären, dass die Soße aus ist. Alle guten Dinge sind drei sind? Denkt auch nach alle drei Dinge sind guten. Mann! Jetzt vier CP ist maximal. Nein, guck, ich mach jetzt zehn auf Ansage. Was ist das für eine Show? Bei allen respektlos bleiben, wahrscheinlich, oder, Antonia? Graben. Junge! Karl? Okay. Danny, wie wird Trinkalkohol fachsprachlich noch genannt? Ich will auch mal bei so einer Scheiß-Show dabei sein. Antonia, was soll das? Trinkalkohol. Ähm, Sauf- Ähm, ganz genau, Nick. Also Chef Strobel sieht wirklich aus wie der letzte Berliner Clubgänger. Der sieht sowas von droff aus, Alter. Oh, nee, du hast gerade gegessen. Oh, nee, weg, weg! Essen, essen! Nein, nein! Geh! Geh! Nee, wem nicht, weg! Chef, weg! Nicht über... Das ist wirklich einfach wie in der Grundschule, Alter. Die zwei Idioten und er ist so das Opfer. Scheiße, Alter. Hier ist Luftlinie, Luftlinie. Was ist das denn? Ach, du Scheiße. Ah! Mhm. Jetzt mach mich einfach so fucking... Ja. Ich auch, wenn ich Brief von Finanzamt bekomme. Oha! Ist das ein Waschbär? Halt's Maul, das ist ein Otter. Ich war drin! Ich war drin! Nein, wir finischen das noch schnell. Scheiß auf. Okay, wir schauen uns weiter an. Was ist das? Was ist das? Pornos? Geist voll lokom. Also ich reagiere gerade nur und rede eigentlich gar nicht, weil ich gar nichts zu sagen habe zu diesem Mafia-Geschäft und so. Da habe ich gar keine Ahnung von. Aber ich bedanke mich trotzdem bei dir für deine zwei Euro. Ich save mich sicherlich aus so Kulturen, wo das so voll normal ist, dass man einfach so Sex mit deinen Freunden hat, aber dann so ganz normal weiter chillert. Wäre nichts. Ja, in Berlin ist das so, Kevin. True. Das ist auch lustig. Ja, das wäre lustig auf jeden Fall. Bei Phineas und Ferb, wie heißt da nochmal die Schwester? Die Schwester. Äh, Candice, oder? Wie nochmal, sorry? Candice? Candice, dick fit in your mouth. Ah, scheiß drauf. Bezahlst du für die Schnitte? Für die Schnitte? Wie? Ich habe keine Milchschnitte gegessen heute. Geht raus, sprüht an die Wände oder geht raus, zerstellt ein paar Reifen und schlagt ein paar Scheiben. Ja, Mann, fühle ich. Bitte, mach dir keine S. So ein Wichser, der Fabo. Chat, ist euch mal aufgefallen, dass letztes Jahr 2020 war? Jetzt nicht verkacken. Im Gegenteil, wir freuen uns auf jede Mission. Weißt du, Johnny, sind's? Nein. Fehlt nur noch die Doppelwaffel, der F. Sascha, bitte, Sascha. Weißt du, heißt der Pilot, Johnny, sind's? Sascha, bitte, Digga. Leute in Afrika haben gar kein Essen, sei froh. Digga, das kann man zu allem sagen. Ich kann auch sagen, yo, Leute in Afrika haben auch keine Channel Points. Seid froh, dass ihr überhaupt welche habt. Weiß ich jetzt nicht. So, ohne auch. AAAAAAAA So ein Bastard. Der Kevin sieht auch ein bisschen aus wie ein Hamster, oder? Ist das ein Vogel? Was fickt der? Erinnert euch, wenn ihr als Kind eure Finger in der Tür eingeklemmt habt. Und ich habe es letztens imagined, was ist, wenn du deinen Dick so an der Tür einklemmst? Weiß ich nicht, Danny. Ich glaube nicht, dass dir das passiert mit deinem Knorpel-Dick, Alter. So klein, wie der ist. Verpiss mich, geh weg! Arschloch, Pipi, Mann, Wichser! Schlecht! Schlecht! Bin raus! Amina Koyim. Philipp, danke für die zweite Gifted. Das sieht aus wie Knossi. Stimmt. Nova, du hast vollkommen recht. Das sieht aus wie Knossi. Ich glaube, wir könnten Freunde sein. Moin! Nur Loser brennen. Ah! Fabio, du dummer Wichser. Fleisch auf Madeira. In dem Moment erwacht Simon Unge. Auf Madeira aus seinem Mittagsschlaf. Wir werden noch abliegen. Digga, erstmal die Titten trocken füllen. Digga, das muss ja übertrieben stinken einfach jetzt bei Kevin in der Nase. Aua, 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 das tut weh. Die Ehre, aua. Ach, Karo, so. Ob ne Frau, ob du nach, also nachwächst mit den Onlyfans hast, ist doch komplett normal. Oha, alter Papageien. Hä? Das sind diese, ähm, Aasgeier, oder? Geier. Julien Bam, du hast kleine Hoden. Ja. Let it go. Oh mein Gott. Wer ist das? Wer ist das hier rechts? Ich kenn den. Das ist Henke, oder? Das ist Henke, ne? Henke hat ein Foto mit Mrs. Vlog. Henke hat ein Foto mit Mrs. Vlog. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Henke, bist du unangenehm. Scheiße, Mann. Let it go. I'm one of the women's fun. Digga, hier, das singt irgendwas anderes. Melon Slicer, dankeschön. Das heißt also, du gehst runter. Ja. BAM! Weiß ich nicht. Ekaramba, zeig mir deinen Tanga. Ich spendiere dir eine eiskalte Fanta. Ich mag die Lippen, die Titten, den Po. Komm, lass. Angeln. Auf Klo. Äh, Nova? Deine Waage ist kaputt, Bro. Das steht aus ich 85 Kilo. Das kann gar nicht sein. Ich hab ne Waage. Digga, das ist Kevin auch so fett geworden. Äh, ja, wir starten. Scheiß drauf. 3, 2, 3, 2, Uno, Dos. Es gibt tatsächlich einen Streamer, der heißt Papa Plattier, okay? Ah, Digga, da wurde wirklich, da wurde Kevin, äh, nee, da wurde Nico gekonnt, eingesagt. Einfach. Also wirklich, er wurde so hoch genommen, wie ein Gabelstapler. Und der hat tatsächlich den neuen Rekord aufgestellt. Und zwar ist es der Streamer mit dem kleinsten Dick. Ist das echt du? Oh! Oh nein. Hätte ich mich als 7-Jähriger mal ein bisschen zusammengerissen. Alter, seine Avocados aber weggeflogen. Jetzt seht ihr, ich hab hier Kupfererz. Das mach ich zu Kupferbarren. Und die Kupferbarren kann ich dann zum Draht... Mann, ich würd so gern Trimax schocken, bis der Unen fällt. Alter, Fabian! Was ist das für eine Scheiße? Wenn ich schon Happy Build hab, dann will ich auch diese Scheiße zum Trinken! Mal zur Stube, danke. Boah, Amar ist so thick, Alter. Amar hat so einen geilen Arsch, wirklich. Ich glaube, es gibt keinen Streamer und keine Streamerin auf der ganzen Welt, die so einen geilen Arsch hat wie Amar. Und das sage ich jetzt einfach aus voller Überzeugung. Ich finde, dass der Booty von Amar das einladendste Körperteil in ganz Deutschland ist für mich. Es gibt nichts Besseres als Amars Arsch. Gibt's für mich nicht. Es gibt nichts Geileres als den Amar-Arsch. Da seh ich mich. Hey, komm raus. Au, 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 meine Finger! Au, 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 meine Finger! Was machst du, was... Au, 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 meine Finger! Da steht, wenn das das nicht anfasst, das klemmt einem die Finger! Da steht genau da drauf. Fass dir das nicht an, das klemmt einem die Finger. Ich hasse meine Hälte! Na hin, Resensieber. Komm, gib's mir. Schieb mir ordentlich hin. Ja, fick mich. Komm, gib mir deinen Cock. Okay, Danny. Da ist immer jemand noch, Jungfrau. Ich bin ein bisschen nervös, was hier jetzt kommt. Ich mach' nen ADHS-Test gleich. Ich hab' ADHS auf... Ich hab's ja schon zertifiziert. Ich brauch' gar keine Testen, weil ich mach's trotzdem. Hast du schon mal Reef gebankt? Tarek, Sperma, Martin. So schlimm war die Freiheit jetzt auch nicht. Danny hat noch nie Sex gehabt, nur dass ihr es wisst. Ich ruf' erst mal an, meine Sister, die mich liegt dann. Halt's Maul, Julian Bam, halt einfach deine Fresse. Nee, ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm mit der Cam gerade über Antonias Gesicht. Das war schon gut so. Komm, dass dieser Box-Sack so safe in diese Vitrine reinkleinen wird, ne? Oh. Ähm. Bau schon hier mein Tee. Viele Leute gehen her und sagen... Dr. Hu, dankeschön. ...so ein geiles Produkt. Nein, Leute, es ist nicht so ein geiles Produkt. Man geht her und muss es... Entweder man sagt es gar nicht, oder aus vollster Seele. Und wenn ihr es sagen wollt, dann bitte so... Wir haben nämlich so ein geiles Produkt. Ich kann mir Trampons nicht vorstellen, wie er Sex hat, oder wie er sich einen wiggelt. Junge, what the fuck? Kann man da nicht einfach einen Anker schmeißen? Nice try, Blaze. Alles klar? Okay. Craig's beim Video, let's us hoch. Du Hund. Oha. True, blinde Leute sehen ja nicht. Ja, stimmt. Ich bin so blessed, aber auch so fucking stressed out. Baby girl, du siehst ja perfekt aus. Ach, du Scheiße. Chilliger Track, Alter. Kann jemand die Voice-Cracks zählen? Boah, ich haus'n Sound, dicker. Holy Shit. Oh Gott, du Scheiße, Alter. Kevin. Ich seh Kevin am Montag, ey. Ich werd ihm so eine reinhauen. Alter, ich war geiles. Das ist keiner im Arsch. Holy Shit. Ist das peinlich, Kevin. Scheiße.